Torschlusspanik Angst, zu spät zu kommen und etwas Wichtiges zu verpassen. Angst, im Leben etwas Entscheidendes zu versäumen. Sie wird jetzt 40 Jahre alt und wünscht sich sehnlich eigene Kinder. So langsam gerät sie in Torschlusspanik. Man sollte sich mit dieser wichtigen Entscheidung Zeit lassen. Es gibt keinen Grund, in Torschlusspanik zu verfallen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017